Hallo Freunde, ich lebe wieder. Bin jetzt seit ein paar Tagen aus Wacken zurück, aber ihr hört's, meine Stimme ist immer noch etwas hinüber. Festivals tun meiner Stimme und meiner Let's Play Karriere nicht gut. Aber was soll's, dafür war's geil. Sehr geil. Ähm, ich kann jetzt mit der Stimme im Moment noch nicht aufnehmen. Ich habe angefangen vor Wacken eine neue Staffel Minecraft zu starten. Die werde ich jetzt, ich wollte die nicht kontextlos einfach hochladen, die werde ich jetzt ab morgen anfangen hochzuladen. Ich schau, ich denk, dass es ab morgen mit meiner Stimme auch mit Pitfall wieder geht mit dem Aufnehmen, wenn nicht spätestens ab übermorgen. Das heißt nicht wundern, wenn ab morgen plötzlich Minecraft kommt, Pitfall kommt auch die Tage. Minecraft habe ich nur vor Wacken aufgenommen gehabt, das habe ich jetzt nur schon rumliegen. Die Tage schaffen wir es endlich, Pokémon Rot weiter aufzunehmen, hoffe ich. Dann geht das auch weiter. Ansonsten alles wie geplant vor Wacken vermutlich ab in zwei, drei Tagen. Und dann ist alles soweit auch wieder gut. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und bis dann. Ciao.